Ach, Scheiße. Soweit ich das beurteilen kann, sieht es für Ihre Liebe nicht gut aus. Ja, ich brauch die Homme. Bei dem, was ich bei der Sonographie gesehen habe, sollten Sie keine Medikamente in mir einnehmen. Eine kleine Dosis? Und kein Stress. Kein Stress. Keine Medikamente. Keine Medikamente. Angelina, wir arbeiten hier an unserem Traum. Und genau das ist vielleicht euer Problem. Ich werde jetzt meinen Anwalt informieren. Er soll die Kündigung vorbereiten. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Oh, fuck. Ach. Ach, Scheiße.